hallo meine lieben und zwar habe ich ein neues video für euch und zwar ein haul ich war mit meinem mann unterwegs gerade und ich habe wie gesagt meine jacke von halaran die ist super bequem frage ich euch super kuschelig wir waren beim aldi nettomarkt im t die war ich gewesen im dm markt genau im kick war ich gewesen ich zeige euch so kreuz und quer mal so ein bisschen auf jeden fall im t die habe ich mir für zwei euro diese schöne sonnenbrille geholt das ist nur die sonnenbrille nur die sonnenbrille ich finde die richtig schön die sonnenbrille die gefällt mir richtig gut weil meine sind langsam nichts mehr dieses band was ich mir hier drum gemacht habe dieses band hier mit den wunderschönen perlen habe ich mir für 1 euro im kick geholt das ist ja da könnt ihr eure sonnenbrille so drum machen und könnt das ganze so richtig schön lässt sich so tragen ich finde das richtig schön weil wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder so könnt ihr die brille auch schön so hin hängen finde ich mega da hat mir das hier am besten gefallen mit diesen perlen ja genau die kette war im kick für 1 euro und die brille war für 2 euro im t die ich habe meinem mann auch so eine brille geholt nur er hat mit dunklerem glas genau die kann ich euch jetzt zeigen weil mein mann die nämlich draußen im auto gelassen hat dann habe ich mir im t die für 55 jahren gewollt die kette geholt romant romant romantik die ist von 2 euro 55 cent reduziert worden ist eine hals kette und zwar ist die mit amini test genau mit amini test hier an der seite hinten ist noch ein stern schon könnte das sehen noch ein stern denn trom ist mit amini test eine schöne lange kette die werde ich nachher mal anziehen ich liebe diese heilsteine und ja das ist mit amethyst hat mir gut gefallen dann habe ich mir im teddy für zwei euro typ c ein daten und ladekabel übertragbarer 1,5 max bums zwei meter auf jeden fall ist das für mein auto für unser auto damit mir da auch mein handy und so aufladen können genau kam damit und dann habe ich mir hier mitgenommen geeignet für apple iphone 11 pro ja okay die höhle brauche ich jetzt nicht unbedingt so aber mal gucken vielleicht passt mein handy auch da rein war jetzt auf 55 cent und ich wollte unbedingt haben wegen diesem band machen wir ganz normal auf da habe ich euch ja schon gezeigt da habe ich ja auf mein an meiner handyhöhle ja auch diese wunderschöne kette hier dran ich finde die richtig schön die sind ja mit glasperlen genau und hier hat mir das band richtig gut gefallen das ist halt so ein band ist so schön in einem lila flieder rosa drin ja ja das band gut gefallen deswegen kam das da rein die hülle glaube ich ist nicht so aber die setze schon irgendwo rein zu verschenken ist ja egal ich wollte jetzt nur das band haben genau das habe ich dann vor für mein handy dann waren wir im netto markt da habe ich mir für 1,24 euro im angebot jacobs milker 3 in 1 10 stück war im angebot deswegen kam noch wieder mit dann habe ich mir für 1,49 diese fanny chips cracker mitgenommen mit paprika die hat ja schon mal das ist ein richtiger suchtgefahr 60 prozent weniger fett gebacken nicht frittiert also sind wirklich super lecker mein mann hatte noch vom rewe getränke markten monster energy um haben fand weggebracht dann habe ich mir im aldi von p2 so ein kloss bomb zum kloss mitgenommen guckt euch mal die farbe an die schön und der riecht gut und pflegt gut und der riecht richtig gut schmecken tut er so schön fruchtig aber mir hat die farbe so gut gefallen richtig schön den kamen mit der war für 2 29 gewesen genau da kann er in den mühl dann kamen im aldi für heute mittag diese für 1,99 diese sind keine curly fries cross fries sind genau die mann kamen hier für 35 cent und fand ne coke mit dann habe ich für 95 cent im aldi hier 1,5 prozentige milch mit geholt dann für 1,99 10 frische eier kamen mit dann wie gesagt im kick kam mir diese kette damit für die sonnenbrille für 1 euro dann habe ich hier für 1,99 und haarband mitgenommen richtig schön wirklich schön kuschelig machen hat man gerade hier so mal ab hier könnt ihr auch mit waschen gehst du mal ab hallo hier hinten da kommt ja hinten an den kopf und das ist dann so ein geflochtenes kommt dann hier so oben hat mir richtig gut gefallen sieht super schön aus und schön kuschelig genau deswegen habe ich mir das noch mitgenommen für 1,99 mein mann hat sich ein neues t-shirt geholt für 2,99 der 2xl genommen ist ein bisschen größer und lässiger zu seiner neuen arbeitshose passt das schön ist nämlich so ein beige creme farbe schön lang so ein beige creme farbenes genau ja das ist jetzt oben ein bisschen nass genau das hat mein mann sich geholt und ich habe mir das hier geholt das hat mir beim letzten mal schon richtig gut gefallen das war jetzt für 3,49 habe ich mit größe l geholt das ist ärmellos und top ist in so einem rosa und weißen streifen aber schön lang hat mir richtig gut gefallen deswegen kam auch das mit genau und im dm markt habe ich hier 85 cent von dein bestes reich an kalb classic ohne zucker zusatz und mit tierärzt entwickelt das kennt ihr schon für meine hundis meine jungs meine meerschweinchen und meine snow white die haben wie gesagt noch alles dann habe ich für 1,65 von baby love diese wickel unterlagen mitgenommen und ich habe für 2,95 von dein bestes für kleine hunde reich an lamm und granat apfel kern mit vitaminen und wichtigen zusatzstoffen mit tierärzt entwickelt ohne zucker zusatz und ohne zusatz von getreide das kennt ihr auch schon von uns gell 1000 gramm in österreich hergestellt und dann ist auch die action tüte hier schon leer mehr haben wir wirklich nicht geholt also ich mache jetzt unsere unsere dino nuggets mache ich jetzt mit diesen pommes hier da und ja genau räumen wir alles hier weg dann würde ich sagen wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich mega über einen daumen nach oben freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren dann verpasst ihr keins meiner videos und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin